55 Wassersteine, da kann ich vielleicht sogar schon was bauen oben, so schön den Eingang ein bisschen verzieren. Da geht es nicht raus, aber da ist noch Stein. Das ist mir alles hier viel zu eng. Ich brauche mehr Platz, Platz, ich brauche Platz. Ja, ich brauche Platz. Da geht es hoch. Ähm, ähm, da. Wollen wir so rum, so, so, ne, so rum. Ach, weg da. Ich habe mir den Kopf eingehauen hier. Aua, tut weh. Ehrlich. So ein Scheiß. Immer diese Kopf-gefährlichen Bereiche. Ich habe überlegt, ob ich da nicht rausgehe, ich habe dort die Werkbank mitgenommen. Ach man, ich bin so ein Held. Ähm, achso, ich brauche hier noch was zu futtern. Nee, schlecht. Ähm, ja, wie mache ich das jetzt am dümmsten? Also erstmal muss ich hier oben noch irgendwie da sowas hinbauen, damit ich was sehe und dann irgendwie... Gehen wir doch mal auf Jagd. Ich hoffe, ich bin nicht gleich umgeben von... zigtausend gefährlichen Dingen. Da war noch vorhin Schweine und da unten leuchtet irgendwas. Moment. Wenn ich das wieder finde, mein Loch hier im Boden. Ähm... Wie komme ich denn da hoch? So. Mach kaputt. Hopps. Ähm... Zack. Zack. Zack, zack. Sieht auch nicht so schlecht aus. Zack. Ähm... Dann halt hier, zack. 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 Äh... Reicht das mal. Ist der Baum direkt neben dem Loch. Sollte sich ein Stück weit sehen. Wow. Verdammt. So, warum ist der unten... Ähm... Licht. Licht. Oh, da gibt's Kürbisse. Und dann kann man kann man eigentlich essen. Ich weiß es gar nicht. Schwierig. Ähm... Höhle. Äh... Schweinchen Dick. Oh, da ist auch Ei. Kann man Ei essen? Aber eigentlich wie einem... Ach nee. Was ist ja nicht rosa. Die sind hier in der... Die von der Mott letzten noch grün. So. Schweinchen Dick. Schwein... Wo sind... Versprechen Dick. Schweinchen... Dick gibt doch eigentlich Schinken. Nicht mehr? Dann brauche ich eine Baumkuh. Ja, ich hab's wieder schon gesehen. Ich brauche jetzt eine Baumkuh. Oder auch einfach nur eine normale Kuh. Ist es egal. Ich esse auch normale Küh. Baumküh sind zwar angeblich leckerer, aber ich esse auch normale Küh. So, jetzt test. Kann man... Ja... Kann man Kürbisse essen? Hallo? Schade. Man kann nur wieder aufstellen. Ich will Kürbisse essen. Aber darf ich kein Kürbis essen? Mach ich das ein Kürbis-Suppe draus kochen oder was? Toll. Schaf. Ich brauche es zu futtern und kein Schaf. Vermut man, dass es hier auch keine... Ach man. Vermut man, dass es hier auch keine... ...keine Äpfel geben wird. Verdammt. Stopp. Stopp. Ja, fahr runter und bricht ihren Beinen und die bleibt liegen. Genau so. Well, where's the Hülle? Schwierig. Ich habe echt immer ein Glück mit den Riesenhöhlen. Ich will aber nur was zu futtern haben. So langsam. Sag mal, jetzt probiere ich nochmal bei dem Baumschwein. Ha! Bei Baumschwein. Ja, hier am Baumschwein von runter. Danke. Au! Wo kommst du denn her? Ehrlich? Scheißkelett. Entschuldigung, Schweinchen. Ich wollte das Skelett erwischen. Was auch immer die XP bringen. Ich sag mal, die mal auf. Bring mir die Punkte oder sowas. So. Du bist, glaube ich, da bist du baumschwein. Och, nö. Creeper Mistvieh. Ja. Bam. Bam. Stopp. Du wirst unbedingt geschlachtet werden, hä? Komm. Oh, da gab es auch Schinken. Was zu essen? Ähm. Machst du da? Stopp. Hm. Das wird mir keins gebracht. Äh. Was sind das für Schweine? Welche Medikamente haben die bekommen? Oder nicht bekommen? Also die laufen im Kreis, ey. Ehrlich. So. Essen. Genug Essen für die Nacht, glaube ich. Schöne noch ein Baumschwein. Und eine Baumspinne. Und zwei Baum. Na, das ist eine Giftspinne dabei. Das ist... Fick dich. Warum? Sonst habe ich das schon immer nur irgendwo als Burna getroffen und nicht hier mitten im... Und die noch schneller, ey. Das ist doch schrecklich. Meine Fresse, ey. Einen alten Mann. Einen alter Mann. Äh. Hier. Da geht's zu mir rein. So. Bumm. Bumm. Au. Ja, natürlich nochmal. So, ich buddel mir hier jetzt so in gemütlichen Raum erstmal, damit ich hier ein bisschen mein Zeug hinstellen kann. Ich brauche das da und da. Ja. Tü-tü-tü. Den Herzen kann ich mir überlegen, wie ich das hier oben... Kann doch nicht über die ganzen Höhle was bauen. Tja, wird was auch hinauslaufen. Ah, aber ich baue es jetzt Geheimgang. Boah, ist natürlich auch cool. So ein Haus drüber und Geheimgang drin. So sagen wir mal, mein Fundament ist schon gelegt. Guck mal, ich hab doch Falltüren. Ich brauch mal eine Falltür. Ähm, Fail. Das muss weg. Ja, ich hab erstmal was zu fressen. Ich hab wirklich Hunger, verdammt ey. Toll. Naja. Nomm. Brauch noch mehr. Nomm. So, reicht erstmal. Ähm, achso, ich würde Leitern bauen. Ach man, wenn man ein bisschen nachdenken würde. Äh, hier Leiter und so. Ach, fuck. Tadaa. Leitern. Äh, so, zwölf Leitern. Soll das mal reichen. Ey, ich mach ja gleich nur eine Leiterwand draus ey. Meine Fresse. Ist ja schrecklich. Zack. Ähm, weg. 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 Wenn man schon mal dabei ist, ne? Dann macht man's ordentlich. Ha. Stirb. Verbrenne bei lebendigem Leib. Ich werde die XP haben. Ha. Ich werde's. XP-Abstauber. So machst du auch immer bei League of Legends. Killsteam. Oh, haha. Das ist, ne. Ne. Nie und ne. Würde ich nie so tun. Ähm. Ähm. Niemals. Ähm. Ne? Ah. Ah. Creeper. Äh. Fucken. Oh, nein. Mist. Creeper. Warum sind die eigentlich nachts rosa? Schön, dass es immer leckt, wenn ich den Creeper bekämpfe. Oh. So wird mein Creeper und es explodiert. Ähm. Zack, zack, zack. Ich muss ihn irgendwie halbwegs quadratisch machen. Äh. Zack. 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 Daher muss das noch weg. Ich hab keinen Schneeball bekommen. Ui, ich hab Schneebälle. Ähm. Hier Fundament. Zack. Ich baue bloß mit Bodenplatte. Reicht. Ähm. Zack. Zack. Ich muss noch drum bauen. Noch einen Schneeball. Werfen dann euch alle mit Schneebälle ab. Ha. Habt ihr nur davon. So. Ähm. Ja. Verdammt. Dahin. Muss nur was. So. Kann man hier auch einfach runter. Okay. Man rutscht sozusagen nach und runter. Wenn man nichts tut. Okay. Cool. Vorher. Also da muss ich noch nie. Äh. Leiter neun Body noray suda pinmer. So. Ähm. Ja. Fangen wir mal an. Düm di düm di dumm 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 di dumm. rum die dumm düm dumm di dumm di dumm di dumm di dumm di dumm di dumm du dumm di dumm di dumm di dumm du dumm di dumm ślär estáin die dünften um die dünnen im dünnen im dünnen ja so viel bei euch das jetzt irgendwann mal irgendwie türen da brauche ich zwei türen rein da eine und eine zweite hatte einen laufst gegen hätte es doch da nicht nachfahren das bin ich ungeschlossen ich würde die am liebsten hier in der Ecke reinbauen, aber das geht ja nicht. Dann hat er da rein.